so haben wir allein jetzt schon 20 meistens war gar nicht mein hauptziel und trotzdem finde ich einfach so ein Eingang wo ich wenn ich kurz reingehe lauter Eisen müssen so gut merkt man auch dass Eisen irgendwie auf fast allen Höhen vorkommt und soll auch voll zumindest voll viel ich weiß noch jetzt nicht dass irgendwas kommt ich hab mich am Cola bauen will welchen es gab ja das dach müsste man mit knapp aber sie gut aus eigentlich ja so schulden zu zack kommt da jemand aber wieviel Kohle oh wieviel Eisen jetzt weiß ich nicht wo ich hingehen soll als erstes alter was die alter was für ein abhang da geht es einfach mal so 20 Blöcke nach unten und da ist Lava hm das war nicht gut ich lösch dir gerade erstmal alles aus zur Lava geh ich auch nicht runter da muss ich auch gar nicht hin weil hier schon überall vorher so viel Eisen ist ja so viel Kohle und so Bullshit aber leider auch keine Tiers dafür ist es aber auch viel zu hoch das hier das ergibt man gar nicht mit dem Ziel da aber es ist ganz gute Ablenkung jetzt wo es eben da draußen dunkel ist und ich draußen wahrscheinlich mehr Stress hätte als hier in einer ausgewünschten höchsten Höhe so 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 komm ist da noch irgendwas zwischen jetzt hinten ist auch noch ein Lava wieder da hinten ist noch eine Schuhe NEIN oooohh ok also uninteressant kein Bock auf Files ach manu ne es reicht nicht ne ne reicht oma nein ne ich hab noch vier Stecks wieder in Produktion ach das ist ja geil und dann haben wir wieder das ist ja passen alle halt immer das ist verbauen das geht's auf die Eier warum fällt immer runter so verfickt steine ich bin stein ich fall immer auch runter ja weil Sachen so schwerkraftmäßig immer auch runterfallen nein aber nicht wenn die zwei Blöcke dazwischen sind zwischen runterfallen und nicht runterfallen sind so behindert dass es einfach runterknallt ach scheiße jetzt komme ich in diesen anderen Teil ok ach das ist das wo die Kackfiecher sind naja kriegst die Kirche nicht hab ich jetzt auch kein Bock drauf ich hab ich schon genug Bullshit abgefahren auch wenn er noch jede Menge ein so was ist aber ne da kein Bock mich jetzt mit Spinnen darum zu tun hab ich schon jetzt fast ein Steck noch genommen oder keine Ahnung wahrscheinlich noch mehr als ein Steck noch jetzt hier raus geht naja 40 bis jetzt ja kommt irgendwas ja gehen wir mal wieder hoch so ah krass lecker hat der Kusserber mal kurz geleckt weil wir mal kurz der Block nicht abgebaut hab wieder da halt so hab ich auch manchmal ja das kann doch passieren aber sollte nicht da sein ich könnte mal kurz ein bisschen fackeln auf dem Dach dann dass wir da gar nichts bauen hab ich bei uns auch also du meinst du auch bei der um neun Haus weil es auf dem Dach mhm ja Leute ich bin dann in unserem Haus in naaach im Glas in einem Glas die laufen da einfach rein ich weiß und ein Zombie auch geil aber das und woher ist wir kommen da rein ist ja nicht fertig man ist aber die Konkurrenz kann ganz anders da rein von von wo kommt die also durch das können die aktuell reinkommen das weiß ich das funktioniert aber die Kammer von einer ganz anderen Seite lol dort ist eine Menge gefunden haben aber sie ich bin mal ausgeleuchtet und kann man nichts bauen aber es ist jetzt kein Bock auf der Hölle der Kondomern ich hab eine Miene gefunden hier kein Bock ist sie zu erkunden was willst du ich frag mich gar nicht woher die Zombie sind wenn man wo wo kommt von da oder nein ne ich mein ich jetzt grad hier im Spiel oh die und die und die und die und alle warum bauen sie denn die erstes Dach das Dings hätte ich und bevor du da irgendwas machst ey weil man das erst wegbauen muss ich wollte es erst äh so machen und dann ähm also erst äh noch nicht die Terrasse mal ein erstes Klassmann aber es ging nicht wegen der eckigen Anordnung nehm ich dachte auch nicht lass es lalalalala lass es einfach mal aufmachen oder lass ja scheiße Frau hast du eh nix wege eine Nacht jetzt man ich mach die Blöcke da weg ey dafür sollte ich da nicht aber hochlatschen ja einen mit Eisenrüstung what the fuck immer noch dunkel draußen Alter was was da denn in der Hand wer das Zombie das Zombie für ne Rüstung man hat ey Mistvieh ja ne gute warum warum hast du hier mitten im Wasser Erde gebläht von der Linie hä ja weil der Dings vielleicht da abgrenzt und da die äh warum brauchst du da ne Wolle raus mit Wolle raus noch ich hab da nichts mit Wolle ja weil Terrasse und so mäßig ach so Alter hier ist Lavi ich werd grad fast reingefallen WTF was ich hier einfach von oben für Lara sehe WTF wenn jetzt irgendwas von hinten kommen würde wär ich gefickt aber komm mit so ohne scheiß hier müssen nur noch ein paar Kühe sein bitte ich hab grad erst mal 6 scheiß Dinger gefarmt Leder ach guck ey das geht auch im Arsch egal geh mal kurz hin ich glaub von hier kam ich auch aber naja egal ich mach mal bisschen Holz noch mit wenn es hier schon so rumliegt rumliegt liegt oh ich hab kein pokémon und dann fällig runter das geht tja Pesch Pesch so erstmal richtig die Quette hier grad Holz abfarben nicht eigentlich auf der Suche nach dem Dings eigentlich auf der Suche nach dem Dings ich hab schon jetzt na gut jetzt so viel noch ein bisschen dann mal ne dann das ist doch mal ne mit Schatz ist immer im Karten Kuh wo bist du hin das ist ein Kühl die sind mitten in dem Holz gespawnt der Kunde der Straß Notschlachten du musst nicht nur daher hätte du bist gleich noch geschlachtet in meiner Hand umgekehrt was verboten in der Schüssel eben als Fakir der Kastchen zwischen PdA sie nach kurzem 11 Dingsgarten erster aber wie viel Prozent die Säbchen auf 46 Prozent aber kann man erst den Stütz scheiß mit dem Blöder Kumpel dazu gefahren Prozent gleich Prozent 21 mit uns gar nichts für uns zu erreichen also ist es nicht mehr sie haben wir schon zu sagen die sollte überhaupt ab ist noch mehr hier sind noch mehr der Ausdruck mit uns zu reden die Lappen wenn man mit dem Leben hin und rum von hinkrieg an den Bollen fest sind so ist es 16 immer noch Schlafen und so weiter wir wissen wir für sechs Tage Nürnstein Ziel siegau und noch mehr ganz sehr schön alter und spielte von ich müsste mir mal hier diese ganze fleischkeit ich glaube ich mach mich mal ich will nicht nach hause jetzt zu uns kommen da aber ich glaube ich mache mir jetzt mal gleich ein ding es ist kräftigen table machen und dann mache ich mir offen offen und dann krieg ich erst was zu fressen machen ich brauche es ist nicht nach hause zack zack geht so alles regt nicht gerade so auf immer fall ich runter fällts eh mal runter ich bräuchte mal drei müssten reichen zack so jetzt ein bisschen fleisch ein bisschen auf so ein bisschen kommen wir auch ein bisschen mann noch ein eisen und dann hausstiegel dies erst mal ein so ich jetzt erst mal gerade so eine schöne neue spitzhack gemacht ja warum ist das stock weg jetzt ist es wieder so an rumzugreifen oder was so was ist das ist wieder knapp ja hm das wird klapp in dem dach oha alter wie vieles ist das rechne mehr ist gar nicht mit so viel und dann ist es doch so viel bisschen mehr viel dann ja schon die dritte und ich glaube ich weiß aber dass wir welche die sportlichen ganzheit wieder in meiner nähe ist gut so ist nur erst reißt na es so ist es euch aber nicht so weit für den scheiß Ofer wegrennen, nicht dass ich Fick ist immer jetzt ich denke ich mal ja das reicht locker Zwei, ja, das geht aus. So. Ist irgendwie eh so eine Sache. Wir haben bestimmt schon 100 Öfen und 100 Dings und 100 Crafting Tables, sowas jedes Mal weg ist beim Loslaufen. Und sich jedes Mal wieder neu macht. Egal. Ich mein, das kostet ja nicht viel, aber es ist irgendwie nett. Du musst jedes Mal wieder die scheiß Drohle legt. Wow, scheiße. Was ist das, man? Ist einfach Wasser und das... Guck mal, hier ist so ein Loch und hier ist Wasser und das Wasser fließt nicht in das Loch rein. Was? Das fließt nicht in das Loch rein. Das ist so ein Bug, weil die Welt hier generiert wurde. Hammergeil. So, das Dach ist genau... Warte. Jetzt! Keine, doch noch nicht. Scheiße. Ach, Mann. Ah, hier ist sogar Lehm drunter. Diese Scheiße. Ich komm hier auch nicht. Ich warte mal, aber ein bisschen was von. Ja, guck, jetzt fließt Wasser hier rein. Nice. Beziehungsweise nicht nice. So, ich war nicht nur da. Ja. Die Steine. Aber jetzt ganz viel von dem Play-Scheiß, also von dem im Endeffekt. In dem Schmerkarten bist du was mit? Lehm. Aber so lange gibt es glaube ich auch noch nicht. So, da ist fertig. Ah, da? Ja. Ja, komm. Soll ich es nicht mehr in der Hauptbeschäftigung? Diese hoch, hoch. Da ist noch ein bisschen. Nehmen wir mal mit. Warum nicht? Noch ein bisschen Zucker. Dauer. Wie wollen wir eigentlich? Äh, wir haben 1947 und aufgenommen in Zeit eine Stunde sechs. Echt? Ich und so lange? Ja. Es geht immer schnell in meinen Kaffee. Guck auf die Uhr, das sind immer so 20. Jedes Mal mal auf die Uhr guckt, zumindest 20 Minuten vorbei. Ah, sieh, immer. Ein bisschen Dings, aber es interessiert mich jetzt nicht. Ah, ne, komm. Scheiß drauf, nicht so viel. Kein Bock drauf. Ich möchte den jetzt hier rumfahren. Brauchst du nicht. Komm, gib mir noch mal ein bisschen Dings. Bisschen. Alter, leck doch nicht so rum, scheiß Welt. Gib mir noch mal ein bisschen. Alter. Warum macht hier so einen kleinen Scheiß-Drecks-Mini-Schaft? Oh. Was los? Wir sind müde. Okay. Ja, bei mir geht's auch. Ein bisschen lang. War noch nicht mehr lang, oder? Wenn ich zurück bin, dann hören wir auf, oder? Wenn du willst.